Ich denke, Sie sollten Ihre Mission abschließen. Archangel hat oberste Priorität. Sie verschwenden hier nur Zeit. Ich wünschte, wir hätten einen besseren Start gehabt. Wir wären ein tolles Team gewesen. Ja, weiter geht's mit der nächsten Folge. In der letzten Folge haben wir versucht, hier die junge Frau zu retten und Psycho die Freundin. Oh. Oh. Michael. Hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Gut, dass man bei dem Jogginganzug so keinen Schaden kriegt, ne? Aber ziemlich weit. 659. Schon ne Ecke. Oh. Da runter. Oh. Oh. Oh, oh. Zum Glück sind die Dinger gut gegen euch. Ach ja. Oder? Da ist ja einer. Da ist ja einer. Alter Schwede, da oben ist aber die was los. Ja, da kommt's dann. Boah. Schießt mich auch nicht. Boah. Was war das? Alter Schwede. Was hat denn da auch uns geschossen? So. Aha. Jo. Hehehe. Schnell auf meine Seite geholt, den Jungen. Ui. Das hätte ich ja gebrauchen können gegen den fiesen, 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 fiesen Dichern. Da schießt sich schon wieder irgendwas mit einer Raketen. Egal. Wollen wir mal weg. Das ist dann aber echt ein Halbwerb 2, oder? Wir werden dann jetzt so weit. Over. Oh ja, was ist das denn jetzt? Ander vermeint? Oh ja, was ist das? Oh ja, was ist das? Okay, da hat sich schon erledigt. Da war doch was Fieses, genau. Der hat sich erledigt. Der hat sich auch erledigt. Was ist der? Der hat sich auch erledigt. Da ist einer oben. Der hat sich auch erledigt. 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 Du, mein Rücken schießt. Das ist das denn, der böse Typ. Oh, er ist kaputt. Der hat sich auch erledigt. Der hat sich auch erledigt. Hm? Der Profit ist doch da draußen! Du Schwein! Wo bist du? Ah! Zweimal hab ich! Füllt Drecksau ein. Ich kann doch einen Panzer nennen. Au! Da sag ich doch! Jetzt hab ich. Kleiner Drecksack da! Oh, der ist zu weit. Da kommt der nicht wohin. Oh, der ist zu weit. Da kommt der nicht wohin. Du, 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 du! Du, du, du! Du, 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 du! Hehehe, ich bin der fiese Prophet, ha 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 ha. Hey, ich mach mich gerade kalt. Ich hoffe ich bin nicht zu laut. Oh Gott, hier ist... Nano-Vision, Nano-Nano. Prophet, wir haben einen Notruf auf Rush sicherem Kanal aufgefangen. Over. Rush, wenn uns jemand helfen kann, dann er. Ich hol ihn. Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rush-Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Festpunkt. Das so viele Menschen noch überlebt haben, ne? Nach den ersten Vorfällen. Also Teil 1 von der Insel, wie so gut. Und dann Teil 2 in New York. Äh... Was war das? Was war das? Kann man das mal einer erklären, was das gerade gewesen ist? Jetzt du blödes Mist, dann lass das Tor zu! Prophet ist noch da draußen! Da ist er! Ah! Ah! Hat sich endlich nicht. Ach scheiß drauf. Das andere Ding fährt schneller, ne? Ist doch voll nervig, ey. Aber ich könnte den keinen mitnehmen. Da ist er. Oh-oh! Oh-oh! Hallo, 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 hallo. Ja, mein Notruf auf Rasch ist nicht in dem Kanal aufgefahren. Rasch! Wenn uns jemand helfen kann, dann er. Ich auch nicht. Jetzt aber Rasch. Ich habe neue Informationen zur Art Angel. Wir orten gerade zu einer orbitale Position. Sie müssen sich bei einem Ende in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar unterwegs von Rasch-Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur vertiefen und verschwinden hier. Wir sehen unser Fremdkopf. Hier war das gewesen, ne? Da hat mein Pass das nicht geschafft. Toll. Gut, und so kurz davor, um hier weiterzukommen. Uuuuh, Gauss. Seiko konnte viel, viel mehr davon nehmen. Und du kannst immer nur einen nehmen. Das ist voll scheiße, oder? Robin, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von einem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen, over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hm? Oh, ich bin so fies und gemein. Guck mal. Guck mal. Toll. Äh. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Der hat meine ganzen Schüsse. Wollen mich alle verarschen. Hä? Okay. 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 Ich mach gar nix hier. Ich mach gar nix hier. Ich mach gar nix hier. Okay. Okay. Haufen erledigt. Ah, komm, schmeiß weg die Scheiße. So. So. Komm, ich mach dir ne neue Tentakel Frisur. Ah. Ah. Dann hab ich den Helm weggeschossen und der schießt trotzdem. Komm, du bist sonst. Komm. Du bist so. Ah. Komm, du bist so. Okay. Wie? 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 Oh 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 Ui da ist ein Booster Also ich hab gemerkt dass der Pogen ist da echt ganz gut gegen den Booster, wenn man diese Elektro-Pfeile nimmt die ich natürlich nicht habe Ich freu' mir auch Ist da hoch? Oh hier ist ein Panzer Prophet, wir haben Rasch Wir haben Rasch Wie ist dein Status? Konfus, er redet nur wirres Zeug Ich denke er weiß nicht wo er ist und wer wir sind Aber körperlich ist er okay Ich tippe auf ne Kriegsneurose Er war immerhin in einer Sand-Modus-Zone Keine Ahnung wie er das überlebt hat Woher sind die Sachen? Jetzt kriegt Jetzt kriegt Ja, sieht so verarschen aus Das kannst du hier ab, Alter Was wer ist? Ja, ich mache mal Was Laser Was ist doch Oh, ich mache nur Aufmerksam Fertig Was ist das? Was ist das? Was ist das? hier kommen wir raus und ein bisschen auf und 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 Jetzt habe ich jetzt Ruhe. Da ist noch irgendwas. Und da noch. Ist das noch das Ding? Ja. Ich habe nur noch die hier. Hm. Hm. Erstmal die Standard-Munition. Ich habe sowieso von der einen alles weggebraten. Genau. Ui. So. Wandball. Oh. So weit gekommen. Wir dürfen jetzt nicht alles verlieren. Profit, Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst dich deaktivieren. Over. Roger. Psycho. Die SEV feuern nicht mehr. Was ist da los? Die SEV lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. Ja, können wir ja gleich herausfinden, so wie es aussieht, oder? Warum, weshalb, weswegen. Das war schon wieder übles Züngers. Ja, ein Reifen. Und Wasser. Abababab. Ui. Dann ist ja gut, ne? Ah. Ehh. Oh, 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 oh. Vorsicht. Körnchen, Körnchen. Ich gebe euch Firefots. Das erste Mal, dass so ein Denken richtig geil ist. Das erste Mal, dass so ein Denken richtig geil ist. Haltet mir den Rücken frei. Oh! Der darf sich nicht in das Geschütz hacken! Mach die Werbung! Gib mir Denkung! Denkung! Das scheiß Geschütz visiert unsere Hand! Das scheiß Geschütz! Wo ist er denn hin? Der ist doch hier hochgelaufen oder nicht? Oh! So kann ich den jetzt auch machen? Ahaha! Archangel ist in 5 Minuten hier! Oh oh! Da war doch oben nicht ein Schalter! Die Brücke ist doch jetzt oben! Dann muss ich doch da irgendwie hochkommen oder nicht? Nicht? Hier! Was ist denn los? Hä? Was ist denn hier los? Fehlt der Stromanschluss oder? Hm! Okay! Muss ich hier böse böse machen? Ich glaub, keiner ging! Ah, hier sind Spengladen! Flugabwehr deaktiviert! Du kannst jetzt landen! Alles klar! Dann geh jetzt zur Kontrollstation! Beeil dich! Der Lift müsste noch funktionieren! Over! Aha! Aha! Jetzt warst du bescheuert! Ich geh jetzt runter! Over! Hm! Die Waffe ist... Geil! Aber... Scheiße! Dadurch? Verweilen! Über! Ja, over mit Watch! Hm! Kein Eingang! Hier? Oder? Oh, okay! Das war für meine! Achtung. Er ist fast da, Prophet, beeilen Sie sich! Ja! Nur noch ein paar Sekunden! Hä? Gerade waren es doch 5 Minuten, du Arschgeiger! Ist auf der Halt! Ist auf der Halt! Projiziere Stufe 3 Simulation! Stufe 3! Ich brauchte Sie alle, um aus meinem Zellgefängnis zu entkommen. Meine Kinder waren ohne Verstand, während ich schlief. Sie mussten nur noch Archangel für mich abschalten und dafür danke ich Ihnen sehr. Was? Was reden Sie denn da? Rasch! Projiziere Stufe 3 Simulation! Die dritte und letzte Stufe! Der Strahl! Er lädt sich auf! Oh mein Gott! Das ist eine Einstein-Rosenbrücke! Ein verdammtes Wurmloch in die M33-Galaxie! Und es kommt irgendwas Großes durch! Als ich Sie im Versteck nicht auswerten konnte, sagten Sie, das lege daran, dass Sie den Anzug entwickelt haben. Aber das war es nicht, oder? Wie lange machen Sie das schon? Ihr Leben mit Nanotech verlängern? Mit Ceph-DNA? Wissen Sie, was Sie sind? Sie haben gegen den Schwarmverstand der Ceph gekämpft, genau wie ich. Aber Sie haben verloren. Sie haben sie absorbiert. Und jetzt sind Sie einer von Ihnen. Sie haben viel Zeit vor. Ich binatu ich euch ber envy, die Jetzt. Du we cleanst,ары schwarmieren und erraten. Elliott zu schauen. Wasyer um emerge? Dasない Bart! Nein, du weist noch! Du weist noch! Was ist hier? Schatz! Seigel, Schassi aus! Tal! Carl, Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Chef nie haben oder verstehen werden. Raus hier! Scheiße! Die Geschütze! Schnell an die Geschütze! Zeiko, der Alpha-Z brechst aus dem Turmhaus! Kampfschiffe, 3 Uhr! Bewegung! Kommt schon! Kommt schon! Sieh uns weh raus! Das dürfte schwierig werden!